hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von rom total war wir haben ja langsam den krieg angefangen mit diesen makedonien den schwarzen wir sind die griechen die braunen antik braunen und jetzt müssen wir also mal ein paar leute holen und so die haben wir geholt wir wollten glaube ich hier runter es ist jetzt einige zeit gegangen seit ich mich aufgenommen habe wenn ich einfach so viel zu tun habe und ja rom total war hat auch nicht mehr so berühmt ist und so viel angeschaut wird aber ihr könnt das gerne unterstützen jeder der natürlich das schaut und auch leichter so können dass jetzt play wieder häufiger bringen also sich häufiger bringen werde und das wird euch sicher lohnen wir haben ja gesagt dass wir mit diesem schiff eigentlich nach unten wieder gehen aber das ist glaube ich eher nur wegen dem anführer das so zu müssen wir eigentlich gar nicht nach unten wie ich glaube eher ich wollte irgendwas machen anders machen ja ich gehe hier wieder rein und greife die an weil diesen frei wir haben viel mehr macht wenn wir die dinge nehmen die freien ja hauptmänner angreifen es ist wirklich nur ein hauptmann und kein familienmitglied oder so deshalb ist es besser so und die werden wir natürlich auch bald angreifen ich werde sofort mit ihnen reden aber ich möchte gerne einen hoffen stillstand oder ich könnte sie beschenken ach komm die machen jetzt einfach mal eine zeit verständlich ich nerv sie einfach ständig ich nerv sie nur immer ständig genau also werde ich doch hier rüber gehen hier haben wir alles der ist auch gelaufen also können wir weitermachen ja prima prima so wie angekündigt hat da eine schiff klarer sieg wir haben nur 15 boote verloren und erfahrung erlangt hat er auch als prima also wie geht ihr raus ich denke die sind auch noch ganz nichts verloren ja sie gehen wirklich raus das habe ich mir gedacht also wir gehen hier hin und greifen sie gleich mal an wenn ich das gut plane kann ich sogar gründ an eine ich möchte aber zuerst bevor ich die gebäude mache hier nach unten gehen hier sind keine wege also hier oben ist ja nichts es ist erst dort drüben irgendwo machen wir mal die da wo genau die da gehen wir mal dort drüber kann ja die anschein das gibt ja mehr erfahrungspunkte deshalb also jetzt ist niemand hier überhaupt niemand okay dann kommt der dran der hier irgendwo war aber der ist hier nach oben gegangen stimmt schauen schon einige zeit her ist auch schon recht weit weiter gerannt ja dann müssen wir einfach noch hier oben ist auch 100 prozent können wir mal anschauen in der nächsten runde und rhodos ist ein level höher geworden schön machen wir direkt in boote werft und oder können das ding nehmen das agora kommen wir nehmen das zuerst haben wir nämlich auch die attentate dann fängt das richtig lustige erst an messer hat messana hat ding da machen wir hier die rüstung also die agora kanalisation ist das agora ist ja der von rhodos gewesen gepanzerte hoblitz ist auch fertig könnten wir eigentlich nutzen ägypten und numedien haben das den krieg erklärt das sind die zusammen irgendwie oder wie also ist dieses jetzt in ägypten wahrscheinlich könnte schon sein wir wissen es ja nicht also ich nehme gerne noch zwei mit und kurz speichern weil es könnte passieren dass 14 dass wir irgendwie backen fehler machen abstürzen oder voll fatal verlieren aber ich kann gar nicht angreifen okay ein fort machen sie hätten dann zu verlieren ja der ist noch er kann dort nach oben gehen das nächste schön die kommen runter aber greifen mich wirklich auch nicht an die haben sogar gewonnen okay die greifen wirklich nicht uns und die machen auch krieg gegen uns lasst es doch wir können die so einfach einnehmen agent entdeckt syrakus kartago ja die wollen natürlich auch bald krieg haben von ihr aus betrug ja die perverse unverschämtheit dieses boges ist einfach nicht zu glauben den götten muss schlecht werden wenn sie sehen wie derart verräterische kreaturen in menschengestadt auf der erde wandeln ja ja also ich gehe jetzt einfach mit dem boot dorthin boot ist ja leer wenn wir nächste runde das angreifen also er hat wirklich aufgegeben dann gehen wir doch mit ein paar weiteren am besten hier mal hin dann sehen wir rüber und haben trotzdem noch Dinge er hat erst 25 jahre auf dem buckel pack arm und wächst schon wieder ja ja ich darf die agora noch nicht nehmen sonst habe ich zu viel aufstand stoische philosophie ariston von kios beginnt seine lehren von den stoischen lebens diese philosophie leitet ihren namen von den verhalten der athenischen agora stoa polychiele ab hier trafen sich die stoiker erstmals und legten ihre überzeugung dar dass emotionen wie neid oder leidenschaft durch fehl einschätzungen entstehen während moralisch und intellekt die perfektion erlangt hat vermeidet derartige gefühle so sachen habe ich ja auch also neid hatte ich eigentlich noch nie in meinem ganzen leben so sparta hat auch die mauer bekommen und jetzt machen wir wirklich bald mal die alchner ja wir müssen aber die öffentlichen beide zunächst nehmen pergamum hat die schriftwerfer aber hat ja das neue gebäude thermon hat die pflasterstrasse machen wir die farmgemeinschaft kydonia hat auch die wege dann machen wir die farmgemeinschaft oder den naike-temper nee, zufriedenheit braucht sich das ding nicht halikanas, das hat die mauer farmgemeinschaft oder, nee, müssen wir nicht machen das, ähm, die Bäder so, prima haben wir auch und gewanzerte Obliten natürlich haben wir auch so, Daleh jetzt greifen die Carthago wahrscheinlich auch bald an ich werde mal schauen, dass ich hier irgendwie etwas aus äh, ich werde sie nicht ausbilden, hä die haben genug Krieg jetzt gegen ja, die haben leider auch nicht Krieg werden aber Krieg haben so schnell eigentlich wie möglich ja, Byzantium ist leider nur 75% sonst gehen wir nach Kata, äh nach Trakin hier und der guckt sich der hat nur noch 98% Chance gut, wir haben es geschafft der hat sogar einen Spion gleich nebendran wir gehen hier runter und gehen dann hier unten durch nicht beim Weg und der kann ja mit ihnen nochmal über ein Bündnis reden ok dann will er nicht dann ist er ein blöder ein blödes Sock in Baban-Invasion geht es hier oben durch und da ist da noch ein Dorf aber hier ist das Dorf nicht also müssen wir hier nichts machen ja, dann haben wir den griechischen Domaten der wird ja hier oben durch und hier unten haben wir wirklich gar keine Truppen mehr gut dann gehen wir hier runter und dann haben wir hier auch eines der britischen Ortschaften, hä also prima das haben wir alles gemacht können eigentlich schon eine Runde weiter, hä ja, der dort unten oder so ist er da drunter ist egal machen wir den gleich wieder am Anfang 15% Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß genau, Susa ist hier unten noch können wir mal hingehen Rundenbericht, wir haben jetzt ein bisschen Minus die Erfindung der Handpumpe Archimedes hat die erste Wasserpumpe der Welt erfunden mit der Wasser schnell und leicht dorthin gehoben werden kann wo alles benötigt wird Gummischlauch hat der Gummischlauch auch erfunden ich denke eher der C-Brunnen oder so und das ist dann nur die Pumpe oder so keine Ahnung was er genau erfunden hat also wahrscheinlich mit dem Holzrohr dass das Wasser nach oben drückt im Holzrohr so ein Ding was er nach oben drückt eine grosse und schreckliche Seuche in Makedonien droht sich in südliche Richtung nach Griechenland zu verbreiten Dankeschön, das kann ich nicht gebrauchen sicher wird sie durch die Kälte und andere Barbaren verursacht das kann ich wirklich nicht haben die griechischen städte Phersophone die Phersophone, die Frau hat ein Kind Phersophone ist doch eine der Göttinnen wie heißt denn das Kind? ah er heißt das Kind Phersophone das ist klar Bau abgeschlossen Syracus Syracus ist also der Attentäter jetzt wollen wir wirklich mit dem Attentäter etwas machen das ist eigentlich mit dem Boot wo wir hingehen wir machen jetzt Triären noch dazu wir machen direkt eigentlich den Hafen aber ja wir haben Versäuchung wir müssen ein Ekoduk so also mal lassen wir das Breit hier jetzt haben wir wirklich ein Problem gut dann gehen wir mit dem der vergessen gegessen wir wahrscheinlich eher öfters weiter schau nach was da alles ist hier unten ist jemand das ist wahrscheinlich durch das Kartending ägyptische Diplomat aber wir haben keinen Diplomat hier wir könnten einen hier oben eigentlich machen vielleicht können wir mit den Griechen Städten äh mit den Ägypten noch ein bisschen etwas machen also der haben wir der da oben können wir mal ganz nach oben bringen aber hier oben ist glaube ich nichts und der da kann ich mal den anschauen ausländischer Würderträger Linguist Borner Diplomat ok dafür hat der Agent Talent Sichtweite bekommen und der kann hier hingehen oh die haben einen Schrein der Britannia nicht schlecht da wir hier nichts rein können gehen wir mal hier oben durch soo dann haben wir eigentlich nichts mehr außer ja das Schiff könnte wirklich mit denen noch kämpfen das Schiff ist bereit ich finde das ist eine Frechheit am Greifen so klar Sieke und ja können eigentlich mit denen hier hin und mit denen können wir eigentlich zurück nach Sparta momentan geht es nicht weiter so jetzt haben wir eigentlich recht gut und jetzt können wir mit dem hier auch nicht hier durchgehen das ist das ist richtig böse die gehen einfach hier runter dann können wir belagern die Stadt ja ich muss wirklich mit dem Schiff eigentlich wieder weiter gehen eventuell belagern sie die Stadt aber wir haben ja weitere den Soldaten zum Ausbilden wenn wir uns das Geld einfach mal ein bisschen ausgeben ja also machen wir da mal überspeichern weil wir ja nicht angegriffen haben und hier haben wir den noch zu ja ok genau bestimmt aber sonst haben wir nichts mehr sehr gut und sie greifen uns nicht anscheinbar ja sie haben uns nicht angegriffen sie haben Angst deshalb greifen wir jetzt dort an aha da sind zwei plötzlich ok wie wärs wenn wir jetzt eigentlich dort reingehen können wir nicht mehr ja dann greifen wir an nachher der Schmied hat das gemacht jetzt kann er in Messana eigentlich Übungsplatz machen sehr schön und hier in Pergamon Syrakos ok Syrakos ist der Attentäter deshalb geht der Attentäter mal zu denen kurz ja genau das wusste ich und wartet der hier drin und Syrakos ist erreicht mit Pontus also sie wollen irgendwas planen Syrakos ähm und es ist ja eigentlich nichts nein die planen nichts es ist zu weit weg sowieso sofort aha die haben das gar nicht haben die das nicht letztes mal eingenommen zu wissen so speichern wir nochmal und wir haben fast nicht mehr Zeit zum schlachten nachher gut wir haben das geschafft einfach erstmal hier hin tun ok hier hin der hat das gleiche einfach ein kleines weniger und der Diplomat muss eigentlich zu den Ägypten aber wo sind die Ägypten jetzt hin ist schon wieder weg also eigentlich bleibe ich bei Saadis bleibe ich bei Saadis und zu angreifen ok sie können mich nicht mehr angreifen sie greifen aber mich an und nehmen die mit also dann hat sich das ja schon ein bisschen erledigt können wir ja mal weitermachen haben wir halt noch ein paar und die greifen jetzt auch wirklich an das ist ein bisschen schlecht Seht ihr die sind schon ein bisschen schlau aber sie machen natürlich immer alles böse sie müssen zuerst böse zu uns sein und Sachen machen also ich denke wir werden aber das gewinnen ja 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 die haben nicht so starke truppen aber leider auch nicht so starke truppen deshalb machen wir das so wir gehen hier zurück tun die fortbeten und und werden dann hoch gehen stehen aber die werden zuerst das angreifen und eventuell sogar heute 10 minuten ja das ist jetzt vorstellige Seite ist da wieder klar ja die tun so viel ausbilden da werden wir schon lange bankrott was ist wenn ich alles geht ja gar nicht ok alles klar ja wir werden nein nicht die Schiffe ich werde noch ein paar ausbilden und ein rotos werden wir hier die Bäder machen damit sie schneller ein Attentator ausbilden oder wir werden dann die Bäder machen und hier ein Schiff oder zwei ausbilden und dann die Attentator Thermon ist soweit gut kann die Stelle noch ausbilden kann noch mehr haben Pidonia ist auch wieder belagert wieder wieder belagert von mir aus habe ich ein bisschen weniger Handelsding aber da könnte ich auch mal eine Karnisation machen ähm würde vielleicht nein nein es bringt nichts Pidonia Alicanasus ist auch soweit relativ gut und 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 Maceae die die wir brauchen um den Attentator auf die los zu lassen die Mazedonien werden so richtig übelst überlagen Also, wir werden, ich denke, angreifen müssen. Also wir werden noch mal kurz sprechen. Ja, ihr seht es ein bisschen unterlegen, aber wir haben ein paar Vorteile. Sie haben noch nichts zum angreifen wahrscheinlich. Oder haben nur Leitern. Wollen wir mal schauen, hm? So. Ja, sie haben wirklich nichts. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir mit denen machen sollen. Soll ich wirklich mit allen rausgehen? Die werden uns ja nie angreifen. Wir können aber mit denen nicht rausgehen. Also, wir machen das so. Wir gehen eigentlich mit allen hier raus. Und tun da mal ein bisschen anfangen, hm? Ja. So. Also. Dann gehen wir eigentlich. Wir haben noch einen. Ah, so einen starken haben wir noch. Aber sonst haben wir nichts mehr. Ja. Doch noch einen. Noch mal einen starken. Wir haben uns zwei einfach dran. Ich denke, die werden uns nicht folgen. Also. Die werden uns nicht angreifen, wenn wir dorthin gehen. Da müssen wir schon ein bisschen weit weg gehen. Aber wenn wir den Rex Rex das so machen, dass sie in uns rein laufen, haben sie keine Chance. Dann gehen wir noch mal raus. Das lag halt ein bisschen. Das liegt am Spiel, also das war schon immer lag. Egal welches System ich hatte. Ich kann fast nicht mehr zurück schaden. Zurück schaden, ja. Zu viele Truppen hier gerade auf dem Bild. So geht es besser. Noch nicht besser auf. Nein. So. Dann gehen wir noch mal. Dann kommen eigentlich nur noch die. Die mache ich auch mal. So, dann probiere ich sie. Wir werden das schaffen, wir haben bessere Truppen, die haben wirklich nur Truppen, die im Nahkampf unterlegen sind gegen unsere Sperre und so weiter. Und wenn die Zeit ausläuft, dann haben sie sowieso verloren. Dann haben wir verloren, weil wir verteidigen. Ich glaube, der geht so schlecht. Eine kleine Möcke ist gut bei mir. Ich muss voll ausholen. Ich bin sie zu quetschen. Wie die Gegner hier. Komm schneller. Muss ich das wirklich in zwei Parts splitten? Mach doch mal vorwärts in Pfeife. Ich glaube, die greife ich mir sogar fast an. Endlich. Wir machen länger, weil ich sowieso schon länger die Zeit nicht mehr aufgenommen habe. So. Jetzt werden wir ganz ruhig so nach vorne gehen. Dann machen wir Gas. Wir werden alle vernichten. Die werden fliehen. Wie die kleinsten Malen. Ich glaube, die haben sogar Angst vor uns. Die haben irgendwie Angst vor uns. Aber wir sind hier unterlegen, dass es war. Auf dem Ding sind wir unterlegen, also die Roten haben mehr Anteil am Sieg, aber im Spiel haben wir sozusagen gewonnen. Weil die K.I. ist mega schlecht. Einhalten, marschiert! Einhalten, marschiert! So, sie können das nicht in die Tat umsetzen. Jetzt muss ich schauen, wie ich das mache, weil ich da nicht zu nahe zu dehnen. Sonst haben wir wieder keine Sperre draussen. Und schaffst du das? Kannst du jetzt bitte angreifen, du kleine Nuss? Nein, ich bin da! Ich will nicht, dass es in diese Seite geht. Jetzt! Scheiße, die greifen an. Fingert auch an. Ja, sie hauen ab. Die haben so Angst. Das waren sie. Die Angst haben. Greif an! Greift an! Ja, die greift die Speere an. Greift doch an, habt ihr so wenig Reichweite? Wieso haben die anderen mehr Reichweite? Okay, sie fliehen. Schon wieder. Arschiert! 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 Sie greifen uns an. Nach vorne! Arschiert! Bewegung! Arschiert! Arschiert! Bewegung! Arschiert! 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 Ich muss sagen, am besten. Die greifen nie an. Das ist es. Die greifen ja nie an. Bewegung Blicken Vorwärts Bewegung Blicken Marschieren Vorwärts Marschieren Blicken Vorwärts Einheiten Kernkämpfer Vorwärts Die wollen immer nur... Boah, sind die Peinlich, ey Die hauen wirklich ab Sie gehen immer wie weiter Nach vorne, äh nach hinten Ich muss das so etwas anders machen So, weil die da keine Briten haben Doch haben sie auch Briten Dann gehe ich mal hier rüber mit denen Nach vorne Sie hauen immer noch ab Wie dumm das ist Eieieieieie Ich greife jetzt an Das reicht Ich denke Wir gehen jetzt auf den General Und den Das reicht Genug jetzt Die haben wirklich die Sperre nicht draussen Wie dumm das manchmal ist Ja, wir werden verlieren weil die KI zu schlecht ist Die haben wenigstens die Sperre draussen Die haben auch die Sperre draussen Gleich mal zum nächsten gehen Genau, zerstört sie jetzt Wo sind denn eure Sperre her? Die Hunde gehen jetzt auch auf die Die Hunde gehen jetzt auch auf die Geht die Hunde auf die Geht die Hunde auf die Dann gehen wir auf die Lassen wir es eigentlich So So Ja, die sterben halt öfters schnell Und die auch Das ist mir schon klar Ja, Sperre runter Sperre runter Genau Der feindliche General läuft davon Nie sollte sich ein Anführer so verhalten Doch am schlimmsten ist dies in mitten einer Schlacht Greift an Die fliehen auch wieder Wir haben viele Verluste weil die KI ist wirklich manchmal beschissen Oh Das ist wegen den Hunden So, und hier oben fliehen ihr alle Und dann direkt mal dort hingehen luft Die kommen von hinten Die jagen noch, wir haben einfach keine Briten Deshalb ist das manchmal ein bisschen schiessen Ja, sie fliegen Fliehen alle zusammen Euer General hat die Nerven verloren und flieht vor dem Feind So, jetzt haben wir sie unsingelt Die greifen die an Und die da Ok, dann können wir sie eigentlich Aus schneller Schlacht beenden, hm? Da kommen noch welche, ok Ah, die haben wir sowieso, keine Scheiße Die anderen fliehen auch ständig Und werden irgendwann mal wieder sein Ja, die kommen alle wieder rum Oh, ich knack die alle weg Ich krieg die einfach alle weg Ist schon cool, ne? Der hat auch wenig Leben Ist der, der Fliet hier Eigentlich nur noch die angreifen Dann haben wir alles, hä? Ah, das ist ja recht Robertis Ah, die haben wir Das auch Die sind wirklich So dumm und lassen dort Die einfach gewähren Okay Okay Alle Mann auf die Die sind die einzigen Die noch draußen sind Da haben wir wirklich ein paar noch nicht ganz draußen Oder die Doch sind alle schon draußen Die sind euch angezeigt Alle auf die Alle auf die Locker Jetzt müssen wir schauen Dass wir diese Stadt Dann mehr Äh, bringen Lob sei den Göttern Die Herzen unserer Feinde sind mit Furcht erfüllt Sodass sie fliehen Mal ein bisschen EP sammeln Geht rüber, ja? Rüber? Ja, sehr schön Nein, rüber! Ihr langsamen Kissen Schlauchboote Yes Alle töten Vernichtet Alle Vernichtend Geschlagen Heroistisches Sieg Auch wenn wir viel verloren haben Aber keine EP Das ist so unfair Dieses Spiel gibt mir nicht mal EP Wir müssen immer viel mehr machen Die Gegner bekommen EP Vaginiertem Scheißdeck übel Also im nächsten Part Tun wir die angreifen Dann tun wir natürlich auch Ein bisschen mehr machen, hm? Also dankeschön fürs Schauen Bis zum nächsten Part Euer Drago Pass Tschüss!